MySword. Hier nun eine kurze Einleitung in diese wirklich hilfreiche App. Wir möchten euch nun kurz an ein paar Beispielen zeigen, wie nützlich MySword beim täglichen Lesen und beim intensiven Bibelstudium ist. Vorab, die MySword-App bietet sehr viele nützliche Funktionen. Wie bei der gedruckten Bibel auch, ist die Art und Weise, wie man damit arbeitet, sehr individuell. Wir stellen euch deshalb nur ein paar der für uns wertvollsten Vorteile kurz vor. Später gehen wir auf einige der Punkte noch einmal in einer Art Kurzanleitung Schritt für Schritt ein, sodass ihr euch noch besser damit vertraut machen könnt. Ihr kennt das bestimmt. Ihr stolpert beim Lesen über ein Vers, der euch besonders anspricht, und habt diesen deshalb direkt mit einem Textmarker angestrichen. Wie zum Beispiel die wichtige Aussage unseres Herrn in Markus 12,30, das höchste Gebot. In MySword ist dies nicht nur in wenigen Sekunden möglich, sondern die Markierung wird euch auch in den anderen Übersetzungen angezeigt, die ihr in MySword installiert habt. Ihr seht eure Markierung also immer, egal welche Übersetzung ihr gerade lest, und müsst nicht im Vergleich zur gedruckten Schrift jede Bibel hervorholen, um dort ebenfalls den Vers anzustreichen. Und natürlich habt ihr nicht nur eine Farbe, sondern könnt verschiedene Farben benutzen, um so zum Beispiel Verse nach Themen unterschiedlich zu markieren. Darüber hinaus könnt ihr mit der Funktion Vers formatieren, anstatt des ganzen Verses auch nur einen Teil des Verses oder einzelne Wörter individuell formatieren. So kann man den Vers zum Beispiel unterstreichen, die Textfarbe ändern und vieles mehr. Diese Formatierung seht ihr dann jedoch nur in der aktuell ausgewählten Übersetzung. Knüpfen wir an dem Beispielvers an. Um herauszufinden, woher Jesus diese Aussage aus der Heiligen Schrift zitiert, nutzen wir die hilfreiche Suchfunktion, ein genereller Vorteil einer digitalen Bibel. So könnt ihr euch in Sekunden sämtliche Bibelstellen zu eurem Suchbegriff anzeigen lassen. So schnell schafft das keine Themenkonkordanz. Wenn wir nun in das Suchfeld ganzen Herzen eingeben, werden uns alle Verse, in denen diese Worte in deiner ausgewählten Bibelübersetzung vorkommen, angezeigt. Das Geniale ist, ihr könnt nicht nur eure Bibel durchsuchen, sondern auch alle eure Notizen oder andere Module, die ihr installiert habt. Denn neben Markierungen machen sich die meisten ja auch Notizen. Das Notizmodul in Mysword ist vergleichbar mit einem Schreibrand oder einem Notizbuch, nur dass der Größe der Notiz fast keine Grenzen gesetzt sind. So können wir nun zum Beispiel unsere Gedanken zum eben genannten Vers und auch die Ergebnisse unserer kleinen Suche festhalten. In der Notiz könnt ihr auch Versangaben einfügen und verlinken, am Ende dann einfach speichern. Keine Sorge, die Notiz lässt sich jederzeit bearbeiten. Eure Notiz wird euch über das kleine Symbol neben der Versnummer angezeigt und kann durch Antippen geöffnet werden. Ein wertvolles Deluxe-Feature von Mysword ist das direkte Einblenden der ersten Zeilen eurer Notiz direkt neben dem Bibeltext. So seht ihr diese direkt beim Lesen und könnt auch gesetzte Links, zum Beispiel zu Bibelfersen, welche wir zuvor notiert haben, direkt lesen, ohne hin und her zu blättern. Wenn ihr mehrere Verse direkt hintereinander eingefügt habt, werden diese von Mysword zu einem Link, sogenannten Referenzen, abgekürzt zu Revs, zusammengefasst und ihr könnt euch nun diese Verse durch Antippen von Revs alle auf einmal anzeigen lassen. Viele Bibeln bieten neben oder unter dem Text auch die Angabe von Parallelstellen. In Mysword gibt es dies ebenfalls und zwar ganz unabhängig von eurer Bibelübersetzung. Dies erkennt ihr an den X-Refs hinter dem jeweiligen Vers. Tippt den Verweis an und euch werden wie eben alle Stellen übereinander angezeigt. Ein zeitraubendes Hin- und Herblättern zum Heraussuchen und Lesen der Verse ist also nicht nötig. Kleiner Hinweis, die Zahl ohne Klammern sind direkte Parallelstellen zum Vers. Der Link in den eckigen Klammern zeigt Verse an, die auf den aktuellen Vers verweisen. Wir kommen nochmal zurück zur Suchfunktion. Wie schon erwähnt, könnt ihr auch eure eigenen Notizen durchsuchen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ich hatte mir doch mal zum Thema ungeteiltes Herz was notiert, braucht ihr nicht die Bibelstelle wissen, wo ihr eure Notiz angelegt habt, sondern könnt einfach nach dem Inhalt suchen. Wählt dafür die Suche aus und wählt im Menü Notiz aus. Gebt euren Suchbegriff ein und voilà, das Ergebnis ist da. Ein weiteres wertvolles Werkzeug fürs Bibelstudium ist das integrierte Strong-Wort-Lexikon, eine Art Duden für die Wörter im Grundtext. Wenn du mehr zum Thema Strongs erfahren möchtest, klicke unten auf den Link in der Videobeschreibung. Einige verfügbare Bibelübersetzungen sind mit dem Strong-Wörterbuch verknüpft, sodass ihr das Grundwort sehen könnt, welches sich hinter der jeweiligen Wortübersetzung verbirgt. Dies kann helfen, um die Bedeutung einzelner Worte besser zu verstehen, da eine Übersetzung ja nun auch immer eine Übersetzung bleibt. Tippen wir zum Beispiel im Text der Zehn Gebote auf das Wort bzw. auf die Strong-Nummer zum Wort halten, wird uns der Wörterbucheintrag angezeigt und wir sehen eine kurze Erklärung, die Aussprache, gegebenenfalls die Wortherkunft und so, wie dieses Wort an anderen Stellen noch übersetzt wird, wie in diesem Fall neben halten, auch bewahren, bewachen und so weiter, was uns die Bedeutung des Wortes noch klarer erkennen lässt. In der Schritt-für-Schritt-Anleitung gehen wir noch etwas genauer auf die Strongs ein. Wo wir gerade schon bei Übersetzungen sind. Manchmal ist es hilfreich, sich einen Vers in verschiedenen Übersetzungen anzuschauen. Zum einen, um den Kern eines Verses besser zu verstehen und zum anderen, die Unterschiede in den zugrunde liegenden Grundtexten zu erkennen. Öffnen wir zum Beispiel die Bibelstelle Offenbarung 22, Vers 14 und wählen dann Vergleich aus. Nun wird euch der Bibelferst in den bei euch installierten Bibelübersetzungen angezeigt. Ihr könnt auch selbst festlegen, welche Übersetzung ihr vergleichen möchtet. Über das Symbol mit den drei Strichen könnt ihr die Übersetzungen auswählen, dann die Auswahl bestätigen. Wenn ihr nicht nur einen Vers, sondern den Bibeltext generell in zwei oder mehreren Übersetzungen lesen möchtet, bietet MySword die Parallelansicht. Nun wird euch der Text der einzelnen Übersetzungen nebeneinander angezeigt. Über den Auswahlschalter könnt ihr jederzeit in den normalen Lesemodus zurück wechseln, indem ihr die gewünschte Übersetzung auswählt. Zum Schluss, bevor wir zur kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung kommen, noch eine weitere wertvolle Funktion. Tragisch ist es immer, wenn jemand seine Bibel und somit auch alle seine eigenen Notizen und Markierung verliert. Wenn man sich die Notizen nicht noch woanders gemacht hat, sind diese leider verloren. Zwar schützt die MySword-App euch nicht vor dem Verlust eures Telefons, aber dennoch könnt ihr verhindern, dass ihr eure Einträge, Markierungen und so weiter verliert. In MySword lassen sich nämlich alle eure Notizen, Markierungen und so weiter mit einem Backup sichern. Dazu reicht es, euer Smartphone an euren Computer anzuschließen und den MySword-Ordner auf eure Festplatte zu kopieren. Wenn ihr dies regelmäßig macht, könnt ihr so eure eigenen Notizen und Markierungen nicht nur einfach bei einem Smartphone-Wechsel mitnehmen, sondern ihr seid auch bei einem Defekt oder Verlust eures Smartphones auf der sicheren Seite, da ihr diese Inhalte dann einfach aufs neue Telefon kopieren könnt. Wir hoffen, ihr könnt nachvollziehen, warum wir so begeistert von der Arbeit der Brüder sind, die diese App erstellt haben. Die App könnt ihr unter mysword.info downloaden. Im nächsten Abschnitt bzw. Video gehen wir durch die Grundfunktionen Schritt für Schritt durch. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Erforschen seiner Heiligen Schrift, vielleicht ja zukünftig auch mit dieser App. Ich bin jetzt auf der Rückseite. Ich bin jetzt auf der Rückseite. Ich bin jetzt auf der Rückseite. Mein Lieberberger Schrift, ich bin jetzt auf der Rückseite. Die Appseite. Vielen Dank.